Johnsturm. Und jetzt geht auf einmal das Wetter los. Die Wolken rasen über uns hinweg. Es ringt schon. Es wird rutschen. Wir haben heute das Abenteuerpaket gebucht. Keine Seniorenreise. Obwohl, man kann sich sagen, dass sich die Senioren auch unter das Abenteuerpaket gemischt haben. Man sieht schon auf der Linse die Wassertropfen. Und da wird es schon wieder schön weg. Das ist der Winfu und Damagau. Super.